Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mien-Nachrichten war der 15. November 2021. Im Pai-Park-Gebirge steht Interessierten ein neuer Skiurlaubsort offen. Der örtliche Ski-Profi Panda-Gel versichert. Die Schneequalität ist fantastisch. Ich werde jede Woche hier sein. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Wie alles sagt. Wahnsinn. Toll, dass ich dabei sein kann. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Schuwen-Ideen. Der 15. November war das Sendedatum dieser Mien-Nachrichten.